Und da war ich, im Kreise meiner Freunde und bereit, bis an mein Lebensende glücklich zu leben. Zumindest hatte ich mir das so vorgestellt. Die Wirklichkeit war deutlich singlemäßiger. Halt die Klappe. Aber ich will mich nicht weiter beschweren. Es gibt auch viel Positives. Ich liebe mein neues Leben total. Ich habe einen tollen Job als Produzent in einer Nachrichtensendung. Ich suche jemanden, der dynamisch ist und Verantwortung übernimmt. Gibt's Freiwillige? Musst du aufs Club, Bridget? Ich verstehe mich super mit meinem Ex. Wie geht's? Sehr gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ein Glas Wein. Einen Whisky, bitte. Ein großes Glas. Einen doppelten. Und mein Liebesleben weist Anzeichen einer Verbesserung auf. Darf ich? Er passt. Abgesehen von einer winzigen Kleinigkeit. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Es ist alles voll unter Kontrolle. So ziemlich. Lass dich mal ansehen. Oh nein, Bridget. Wer ist der Vater? Ist es von Mark? Die Chancen stehen bei 50%. 50%? Hattest du einen Dreier? Das ist der Vater, nehme ich an. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist ein einzigartiger und wunderbarer Moment. Dr. Rawlings, ob Sie mir möglicherweise einen kleinen Gefallen tun könnten? Das ist der Vater, nehme ich an. Schön, dass Sie dabei sind. Das ist ein einzigartiger und wunderbarer Moment. Aber wir hier auf Stock Mountain nehmen es mit der Babylieferung sehr ernst. Und heute enthülle ich unsere neue und verbesserte Menschen-Baby-Produktionsanlage. Wir haben das Verfahren rational...